und hallo geht's denn so ja in der letzten folge haben wir glaube ich zum ersten mal einen atst gesehen genau da war lustig mit lichtschwert war lustiger die tür wird anderswo geöffnet ok Nein, nee. Sollte mich der Typ nicht eigentlich jagen oder so? Ich glaube da hoch muss ich dann irgendwo. Ah. Ne. 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 Ich höre doch eine Drohne irgendwo an, da würde ich immer noch so lustig hören. Ich höre doch eine Drohne. 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 Gut, dass ich das Ding zuerst aufgemacht habe, bevor ich weiter hochgegangen bin. Hochgefahren bin ich. Toll! Ich höre doch eine Drohne. 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 Ah! voll cool da gibt es noch eine Kanone voll cool da kann ich nicht zurück was jetzt so? was? warum? nein ey nein nein ach komm, warum? toll ja, toll komm ich wieder hier raus ja, nein G F G Hilfe nein nein ich hätte speichern sollen ich weiß nicht mehr wie ich hier rauskomme ich weiß nicht mehr wie ich hier rauskomme ich weiß nicht mehr wie ich hier rauskomme nein na gut na gut verstecken ist sinnlos sagt er, dass ich nicht in einer Schutzschreibe verstecke ach, damage na gut, ok dann dann vergesse ich lasse ich mal den Disruptor äh, Disruptor ja genau und nehme stattdessen den AT-ST ist doch lustiger vor allem drei Stück wo ist hoch geht dann weiß ich nicht mehr sag ich euch nicht mehr um die ¡Dig! einfach nicht mehr bekam ich mich nur dass ich heute was wo es hoch geht bei euch und bei euch Das Ding nehmen. Ah. Ich habe heute keine Raketen mehr. Oh lol. Das ist ja geil. Ich kann voll nur reflektieren. Das ist ja geil. Ich habe links gekriegt und rechts gekriegt. Ja, nein. Klein Feuer. Hey, wie geil. Das ist ja geil. Voll cool. Oh, muss ich jetzt da hoch? Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Ich habe einen permanenten Eindruck auf den weggefallen. Ähm... Ah! nein 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 was ist das hier für ein punkt nein kann es nicht aufstehen nein 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 soll er eigentlich kaputt machen Keine Ahnung. Dammit! Ah! Moment, das ist ja eine Tür, wo ich rein muss. Hm? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Noch mal sicher gehen, dass er auch wirklich tot ist. Okay, das reicht. Dann wieder rein. Voll cool. Einparken. Weil sie so gute Bürger sind. Sehr gut. das kann man auch später hinter rein, geil! ich spreche hier nochmal oh, hallo! hehehehehe ach komm ist das da? oh leute na gut 3 minuten und ich gehe immer noch hier rum na gut also einparken ist nicht gut ach schade wanno naja, na gut so ach, steht ja da hinten hm ich sollte das BOOM 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 keine Ahnung hm hätte ich das gehen hätte ich zwar auch nehmen können aber das ist nicht so lustig so schnell, schnell, schnell weiter oh hehehe dankeschön ist ja viel Weihnachten ah, Kontroll, sehr gut dann speichere ich gleich mal okay okay ah 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 okay ah oh Muni für was auch immer, keine ahnung Raketen hier Muni für was auch immer wofür? Mann warum antwortet mir keiner bevor ich da reingehe das kommt mir so richtig vor wie ein Doom Level okay da war keine Tür, oder? ja aber da war eigentlich gar nicht oh nein das sollten wir überprüfen ergeben sie sich oh noch einmal irgendwelche Einwände noch einmal irgendwelche Einwände nein hm hier hm ah so ein Tor, okay was ist denn hier? ah okay hier gibt es nichts okay da rein will ich doch nicht gehen da rein ich hau mich erstmal da weiter um da ging es nicht rein ja ah wo ist das? ach das ist nur eine Kamera okay die darf bleiben ähhhh so bim 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 ob be 작업 darf man den TyART benutzen Ich speichere mal meine Gamer Instinkte Klingeln. Gut gespielt. Tragischerweise kann ich nicht zulassen, dass du jemandem von meiner Operation berichtest. Adieu, Jedi! Welche Operation? Wie? LOL Hä? Wo ist er hin? LOL Er ist einfach verschwunden. Was? Alter, du kleiner Scheibe, du. Ich hab die nicht getroffen. Alter! Das ist eine überlegene KI. Seine KI kenne ich noch nicht in diesem Spiel. Alter! 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 Wie? Ich hab die nicht gebrochen. Au! Ah! Okay, ich sollte jetzt zu ihm hochgehen. Weil er schneller und gefährlicher als ich überhaupt kann. Nix! Ah doch, ja! Gibt es hier? Das habe ich da gerade gesehen. Wo ist er? Ich habe dich unterschätzt, Jedi. 2 Raketen? Wir haben die Republik über die versteckte Operation der Hinterbliebenen informiert. Sie wird sich sehr bald der Sache annehmen. Schade, dass Rex keine nützlichen Informationen hatte. Ich bin stolz auf dich, Jaken. Gut gemacht. Wunderbar, versteck eins. Nein! Schande über mich. Ähm... Ja, das war ein sehr lustiges Level. Hat mir sehr gefallen. Nur 2 Raketen? Oder hat mein Destructor-Scharfschüttengewehr auch Schaden gemacht? Keine Ahnung, habe ich getroffen? Ja, auf jeden Fall... Luke möchte jetzt seinen Plan vorstellen, wie wir die Kultanführer finden. Komm zum Besprechungsraum. Okay, also, danke fürs Zuschauen und in der nächsten Folge sehen wir uns weiter im Besprechungsraum. Ja. Ja.